Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft TaggedLight. Jawohl! Wir sind immer noch dabei unser Stromlagerungssystem zu bauen und dafür befehlen uns jetzt zwei Diamanten noch, dass wir die zweitgrößtmögliche Stromspeicherungseinheit bauen können. Zu deutsch, Batterie. Deswegen gucken wir einfach mal, was kommt denn hier. Naja, wir gucken einfach mal, ob wir genügend Kohle oder so bekommen. Es wäre noch ein ganzes Deck Kohle. Das wäre ein ganzes Deck Kohle, Leute. Scheiß Bäume. Ich hasse euch. Ein ganzes Steckles Kohle. Na dann. Wir helfen gerne mit. Wir brauchen die Kohle. Oder besser gesagt, wir brauchen die Diamanten. Dann können wir uns so Crystals machen. Und wenn wir dann selber Diamanten finden, dann können wir auch so einen großen machen. Der ist nämlich... Ich sage jetzt mal, der ist gar nicht so schwer zu machen. Wir brauchen halt nur viele Diamanten dafür. Und da wir Diamanten selber machen können, ist das alles kein Problem. Da nehme ich natürlich auch mit. Wenn ihr schon mal da seid. Na komm her. Was soll's. Nehmen wir halt radioaktives Zeug mit in der Tasche. Ist doch egal. Kuh. Kühe. Oh Gott. Hier gibt es Kühe. Ich brauche hier irgendwas Leder. Aber eine Kuh zu töten ist nicht gut. Für ein bisschen Leder. Gibt nicht genug, die Kuh. Ne, wo gehe ich denn hin? Ich habe hier oben auf der Mini-Map habe ich was entdeckt und da will ich hin. Und zwar vielleicht nicht in meinen Tod, aber da ist eh nichts. Zack, zack, zack. Okay. Da gehen wir nicht hin. Okay. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Von Bedeutung. Da oben wir nochmal. Hallo Schaf. Ah, hier habe ich was entdeckt. Mäh. Oh, Mamo. Kluck, 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 klung, klung, klung. Kohle. Zack, zack, zacko, racko, rachika, rapacho, papacho, papicha. Und ihr versteht schon. Normale Laute, die was man macht, wenn man Kohle abbaut. Mach ich täglich. Mach die auch täglich. Blop, 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 blop. Zack, zack, Licht. Es wäre der Licht. Zack. Jawohl. Gehen wir doch mal wieder in die Minen. Das ist doch immer eine Abwechslung in Minecraft. Das ist doch mal eine Abwechslung, selbst mal irgendwas zu machen. So, ich platziere hier mal wieder Licht. Ich glaube, hier haben wir dann genügend. Also, ich fahre mit zu lang, bis ich ein Stack Kohle habe. So, durchnehme ich auch mit, was auch immer ich mit Lidohr machen kann. Das können wir mal einschmelzen. Das wäre, glaube ich, mal eine Idee. Und dann mal gucken, ob wir daraus irgendwas bauen können. Ja gut, 59 Kohle reichen auch. Wenn ich ehrlich bin, reicht das. Hier haben wir noch ein bisschen was. So. 60 Kohle reicht. Wir haben noch ein paar Staubdinger fertig. Und wir haben immer noch unsere Farben, die automatisch Kohle formt. Da das jetzt alles eh lang dauern wird, überlegen wir uns, wie wir in der Zwischenzeit die Verkabelung machen. Ich glaube, in die Richtung muss ich. Okay. Wir gucken mal, ob wir unsere Fabrik, da sehen wir sie schon. Da sehen wir sie ja schon. Die ist noch nicht hoch genug. Ups. Ähm. Okay. Wurde sehr stabil gebaut, auf nichts. Naja, das ist doch schön hier. Die Bäume werde ich alle mit der Zeit, töten. Jeden einzelnen davon will ich töten. Mit einem Feuerzeug. So. Guten Tag. Gib her den Scheiß. Ladadidiladadu. Plopp, plopp. Haben wir hier mal Lidua rein? Plops. Den Apfel packen wir hier mit rein. Das packen wir mal ganz kurz hier mal mit rein. Zack, zack. Plunderkiste. Den hauen wir hier unten mit dazu. Da weiß ich noch nicht, was ich mit Uran anfangen kann. Wenn ich ehrlich bin. Sowas wahrscheinlich. Ein Nuklearreaktor. Brauchen wir Reaktor-Chambers, Maschinenblock und Copperplatten. Okay. Alles klar. Und eine Uraniumzelle mache ich auf raffinierten... Raffinierten... Ich hab... Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, ja. Ich werde niemals hier Atomenergie machen. Ich hab dazu sehr Schiss, dass mir der ganze Ding dann in die Luft fliegt, weil wir brauchen hier Kuhlzellen. Ja, also Kühlung. Also... Overlocked Heatvent. Reaktor Heatvent. Heatvent. Einen Schacht. Advanced Heatvent. What? Es gibt hier Schächte. Alter, sind wir da still? Hier. Immer mal überprüfen. Ah, die Kohle, sie fließt. So. Was brauchen wir eigentlich noch? Da gucken wir jetzt mal. Wir brauchen Öfen. Blub, 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 blub wo ist er denn hier shaped, ok da brauchen wir auf jeden Fall ein Eisending und das Ding dafür brauchen wir wieder refiniertes Eisen zwei Stück und Kabeln und geben wir mal hier zwei Stück klack, klack dankeschön ähm geben wir mal die hier die hier zack, zack, zack zack, 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 zack zack, zack, zack zack, zack, zack zack, zack, zack nein ok dann halt so dankeschön so ich mache nur noch so komische Geräusche denn ich probiere mich gerade zu erinnern aus dem Hirn heraus und so versteht er wie das jetzt funktioniert hat ohne nochmal nachzugucken ok plops plops plop 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 for an 8th yes jawohl ja koba so die dürfen wir nicht abreißen da müssen wir jetzt wir müssen da jetzt oben groß überlegen ja das das denn ja ich werde jetzt hier das reinpacken und dann müssen wir jetzt gucken ja wir könnten jetzt hier oben weggehen lassen so bla 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 das ist ja schön und gut dann ist das jetzt unser Ofen hier Ofen hier Ofen geht schonmal nicht denn das Gummi muss hier wieder rausgezogen werden ja dafür brauchen wir hier schonmal zwei Platz zack hier Ofen dann kann hier die Maschine zum rausziehen oder ich mache die hier vorne ziehe dann hier quasi tschack plop 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 hier kommt dann die ähm der Gummi raus der fertige läuft dann hier so zusammen ähm hier dann so der Stopper rein hier dass es nicht zurückläuft und so ein Kack so und läuft dann von mir aus hier in so eine Kiste so ja das ist hier schon wieder blöd da haben wir dann hier erst mal den fertigen Gummi mit dem Holz was machen wir mit dem Holz der Recycler Re Re Recycler wo ist er denn? und bräuchte mir jetzt den Kompressor das Holz könnte mir nicht eventuell in den Recycler reinpacken ich glaube das machen wir so also bauen wir uns den Kompressor Steine Maschinenblock aus raffiniertem Eisen ähm packe ich euch erstmal mal ganz kurz hier wieder weg war das jetzt ja dann nochmal das das heißt wir brauchen nochmal Kabeln so ne hier plopp 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 ne plopp 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 hier rein schack so äh Eisen hier aha 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 Was passiert, wenn hier die Kisten voll werden? Oh, ich habe etwas nicht bedacht. Wir müssen das kleiner machen. Im Sinne von, können wir hier das einfach unterbrechen, indem wir hier das reinhauen? Ist das jetzt dem Sinne, erst einmal unterbrochen, oder? Das ist jetzt erst einmal unterbrochen. Das ist gut, so. Eilen. So, Maschinenblock. Und dann bauen wir uns den Kompressor. Plopp, 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 plopp. Nicht du, du. So, aus dem Kompressor bauen wir uns in der nächsten Folge den Glowstone. Also, äh, den Glowstone, ja, den Recycler. Also, sag ich schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tudelü. Amit. Bl�니다. Amit. Top Closes Serdar. sounded gesund. Easy tej zu sein. Saison hier zu machen December. Ich habeре. Saison hier verf Breathsb 1 für guiding euch. existem.